Schwungvoll und feurig wurde die Übungsfirmenmesse heute Morgen eröffnet. Von Nagelpflege bis hin zu Gewinnspielen, das Warenangebot ist riesig. In mühevoller Arbeit hat die Juniorenfirma der Ludwig-Erhard-Schule die gesamte regionale Messe auf die Beine gestellt. Ich denke, wir können auch stolz auf uns sein, weil es hat nicht jede Schule sowas. Man muss sehr viel jetzt noch machen. Man ist in Schichten eingeteilt. Jeder kommt einmal dran, im Innenverstand zu sitzen, als Security zu arbeiten oder als Parkwächter beim Abbau, beim Aufbau. Wir helfen uns alle gegenseitig. Raus aus der Schule und rein ins Businessleben. Die Übungsfirmenmesse bietet den Schülern eine einmalige Chance. Statt graue Theorie gibt es hier Praxis hautnah. Die Geschäftsprozesse sind real und die Leute können wie im normalen Geschäftsleben agieren als Mitarbeiter. Wie auch in den vergangenen Jahren ist die Messe sehr gut besucht. An die 2000 Besucher strömen durch die Verkaufshallen. Die Geschäfte florieren und die nächste Übungsmesse für 2013 ist bereits in Planung.